Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, viel Glück lieber Mowgli zu deinem vierten Monat to you. Ja, stell dir das mal vor, hat doch mein ganz großes Fan aus die Brandenburg, hat mir geschrieben, hat gesagt, Mowglilein, du wärst doch jetzt vier Monate alt, das muss man doch feiern. Ja, hab ich zu meiner Fräuleinchen gesagt, Achtung, ich bin jetzt vier Monate alt, das muss man feiern, hat mir Fräuleinchen gesagt, also Schatzelein, jetzt musst du aber nicht übertreiben, ne. Wir feiern dich sowieso jeden Tag, jawohl. Jeden Tag stehen wir auf und singen Hip, Hip, Hurra, unser kleiner Junge ist da, ja, hat sie gesagt. Hat sie gesagt, also, großes Geburtstag wird gefeiert einmal im Jahr. Also, ich weiß eigentlich gar nicht, was Geburtstag feiern ist, aber das ist auch egal, es ist bestimmt was Besonderes, das will ich auch haben. Ja, jetzt hab ich mir gedenkt, ich mach mit meinem Fräuleinchen Deal und sag, okay, wenn du nicht immer mit mir feiern willst, dann hole mal wenigstens das Helf vom Jahr und feiern, wenn ich sechs Monate alt werde. Jawohl. Und das ist, das ist, äh, wann ist denn das überhaupt? Das ist, glaub ich, am 10. November. Am 10. November. Da kenn ich sechs Monate alt, behaupte ich ganz einfach, ne, weil ich bin am 10. Mai gebohrt. Ja, ich bin am 10. Mai geworft war vor meine Mama. Äh, äh, ja, so war das. Also, Freunde, Happy Birthday to you für alle, die jetzt Geburtstag haben. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, auch ohne Geburtstag gefeiert. Tschüss, euer Mowgli von die weiße Socke.